Blutdruck 50 zu 90, Atmung flach, Puls 160. Schnell, bereit euch, wir haben keine Notoperation vorbereitet. Erstens müssen wir die Blutdruck stoppen. Wie sieht's aus, Doktor? Sehr schlecht. Thermaler Gewebeschaden, Verletzung der Nieren, der Pankreas und der Milz. Alles bereit, wir müssen ihn umdrehen. Eins, zwei, drei, und rum. Kreislaufmaschine anschließen, bereit euch. Wird er durchkommen? Ich weiß es nicht. Wir müssen sofort operieren. Kommande. Jeffrey. Ganz ruhig, meine ich mir beide, du wirst wieder gesund. Wir müssen nicht bewegen. Depressen Sie seine Werte ein. Sie wollen, sie wollen den Präsidenten töten am Transferpunkt. Io, warne, warne Sie. Kreislauf bricht zusammen. Ich brauche Morphozin und zwar schnell. In den Operationssaal. Warte, das Raumschiff des Präsidenten befindet sich jetzt über der Oberfläche des Io und bereitet sich zum Andocken einer Station vor. Konnten Sie das Raumschiff des Präsidenten erreichen? Alle Kanäle sind gestört. Seit ungefähr fünf Minuten. Was denn, auf die Goldkanäle? Ja, alle Verbindungen zur Jupiter-Region sind gestört. Zivilen Kanal aktivieren. Verstanden, Sir. Alle Verbindungen zur Erde. Ich empfange nur die Kennung des Stachionen-Relais-Senders von Proxima. Empfangen wir das interstellare Netz? Ja, Sir. Auf den Schirm damit und versuchen Sie über zivilen Kanälen eine Verbindung zum Fernsehsender herzustellen. Da ist er. Laut offiziellem Zeitplan wollte Präsident Santiago bereits vor zehn Minuten mit seiner Neujahrsansprache beginnen. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, eine Verbindung zu seinem Raumschiff aufzubauen. Berichten unserer Korrespondenten auf der Erde zufolge wird erwartet, dass der Präsident in seiner Rede, einen Moment bitte. Wir empfangen ein Notsignal. Großer Gott. Sind wir noch auf Sendung? Wir erfahren soeben, dass die Station EU-Sanitätsschiffe gestartet hat. Doch es scheint so gut wie ausgeschlossen, dass irgendjemand diese fürchterliche Explosion überlebt hat. Klären Sie ab.